Ich zocke eine runde Mannschaft, ich bin nicht der Final Fantasy, wie man Wert hört. Ich bin jemand anderes. PH-Wert. Stoff. LOL, willst du doch zu Anfang? Mama, hallo Mama, hallo Mama. Springen Sie schon, du Missgebote, springen Sie schon. Häusliche Gewalt. Da halt mal wie heftig er auf seinem Keks rumdrückt. Das ist noch nicht mal heftig, ich mach's viel schneller. Meine Videos wurden schon in Spanien angeguckt. Echt jetzt? Ja. The fuck. Ich kann mal angucken, was ist. Österreich auch. Leider auch in der Schweiz. Boah, alter. Und leider auch in der Österreich. Die, wo aber, glaub, auf Platz 2 oder 13, wo meine Videos guckt, sind noch von der Österreich und der Schweiz. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen ungut, dass ich die Beleidung hab. Nun, ja, da kann man nix machen, ne? Kann man nix machen. Mein Lieber von LP. Hinter den Spielort. Boah, jo, alter. Weißt du, was einfach LOL ist? League of Legends. Ich wollte mir mal ein Yoda-Buch kaufen. Warum? Oh, oh, eine Skype-Message. Und die kommt nur in 480p, weil du kein HD-Wert-Busch. Boah, Junge. Jetzt hab ich wieder Bush gesagt. Wert-Busch. Jetzt, jetzt müsste einfach Marvin zu den Katz kommen. Bush gleich Bush. Weil du einfach gleich kein HD-Wert-Busch. Oder einfach ein Bild von dir. Warum von mir? Weil du kein Bush-Wert-Busch-Busch. Jo, genau. Ich will einfach Cookie-Kicker suche die ganze Zeit, während wir hier reden. Ich weiß. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, Medus.